Musik 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 Alter. Erstmal weg. Erstmal weg. Erstmal weg. Ja. Boah, Alter. Okay. Erstmal scannen den Typen. Panzerwanderer, Kistenhalter, Schwäche. Kommt der hier hoch? Na, komm. Wo ist er? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Schon viel besser. Mh, mh, mh. Lennox. Gehen wir mal kurz? Gehen wir mal kurz. 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 Ah. Kein Problem. Was ist denn das Rote da? Nichts Besonderes. Wie war das? Wir wollten nur die Hauptquest verfolgen, ne? Mhm. Aber es ist ein gutes Zeichen, weißt du, wenn ein Spiel dazu animiert, so heftig zu erkunden und so weiter, ist das immer ein gutes Zeichen. Ich bereue mich zu richtig coolen Ideen. Ich bereue es, dass ich das nicht schon viel früher gespielt habe. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin fast im Herzen. Mhm. Stylisch, stylisch. Mh-hm. Da hat er gerne, also. Okay, das Wasser ist kein Problem. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Wetter gut gegerbt. Das hält. Entderbnisschutz. Okay. Jetzt wäre eine Speichermöglichkeit natürlich noch sehr gut. Mhm. Überbrücke den Kern. Feuerbrücken. Körperschwäche, was? Schwäche, irgendwas, okay. Entladungsmast. 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 Okay, ich denke mal, ich muss... ...mich abseilen. Sie werden uns nicht gesperrt. Wir fangen aus allen Richtungen Signale. Da ist unser Schutzschild. Da ist was. Ach ja. Oh, ran und weg. Ran und weg. Wie kommen wir da jetzt ran? Na, hier hoch, oder was? Halt! Da ist was episches. Lila. Panu. Man soll jetzt auch gedrückt halten. Ah-ha. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anmesser. Okay. 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 Mal rollen, rollen, rollen. Ah, immer rollen, rollen. Nein! Wow! Da kommt! Die Letzte Aber noch mehr Felix Blödes Feuer gegen uns Lauf rein hier in mein Zeugs Mhm Ja komm Das hat weh getan, ne? Oha Pfff, alter Falter Ah, das war schon Sehr nice Und jetzt Achso, zum Überbrücken Okay, hier nochmal unterbrücken Hey, das gab gleich mal Ein Fertigkeitspunkt Ich kann mich nicht bewegen gerade Nicht wundern Ah, okay Wir können jetzt mehr Viecher überbrücken Ist doch geil Datenpunkt 2 von 10 Okay Wir haben das hier durch War aber ein harter Cut, ey Das muss man schon sagen So, den haben wir Was haben wir hier hinten Zum roten Echo Nein, wollen wir nicht Warte Questis Äh, sie auszulöschen Roten Echo Okay Ähm, machen wir das mal Hier hinten Können wir aber da hinreisen Reisen wir doch da hin Machen den zweiten Punkt fertig Das war cool Das war cool Ähm, Sigma Punkt War echt nicht schlecht So Jetzt wir gehen hier hin Machen das hier fertig Vorher holen wir uns aber Da ist noch ein Punkt Taltreff Lauf ich richtig? Ja, ich lauf richtig Das ist in Ordnung Wir brauchen unbedingt Zeugs Nützlich für eine alte Rezeptur Ja, wir haben echt was weggemacht Nein Will ich nicht Ich will was anderes Will hier keine Jagdprüfung haben, Leute Das will ich gar nicht haben So Vorne sind Wächter Okay Okay, nochmal ganz kurz Inventar 45% Abriss Okay Nahkampfschutz Versterbness Versterbness Tarnung Auch nicht schlecht Rohstoffe Schatzkisten Haben wir nicht Können wir nicht machen Warte mal Jedes Mal aufs verkehrten Verkehrten Knopf hier Die Schockfalle geht leider nicht Für mehr habe ich leider kein Zeugs Schade Na gut, wir gehen mal weiter Da oben ist noch ein Punkt Da können wir noch ein Feuerchen machen Wenn nicht was angreifen Das ist Wenn ich was angreifen, das ist Ich sehe wieder nichts Netter Versuch Netter Versuch Na komm So, ich glaube ich glaube ich muss nach oben Genau Ich will da oben hin zu einer Jägersiedlung Da ist nämlich ein Feuerchen Kann nicht schaden Breitkopf Hallöchen Hier ist ein Händler Verkaufen Verkaufen Ähm Mh Hier ist hier Alter Kranz Wir haben echt viele 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 Äh Viele Sachen So, was hast du denn an Waffen Karya Scharfschützenbogen Ah Schattenschleuder Elementarbomben Okay Ach dieser Scharfschützenbogen Nehme ich mit So, Outfits Okay Stille Nora Jägerin Nora Beschützerin Kostet 1000 Scherben Können wir nicht kaufen Oder was Hä Ach Panzerwanderherz Okay 900 Neh Teilblumen Metallblumen Mögliche Fund von Bano-Kunst Frosted Ein Händler hat neulich von den Gerätschaften berichtet, die er letztes Mal in Anrecht gesehen hat Einigen hatte ich noch nie gehört Wir sind immer noch Blumen So, wir speichern So, jetzt haben wir den Scharfschutzbogen Den können wir aber Oh, oh Metallblume Ich glaub komm Da Wollen wir gleich mal gucken, was das ist Äh Waffen modifizieren Nicht der beste Bogen, aber immerhin etwas Schaden Abriss Komm Das kann nicht schaden Wir wissen, was das bringt Metallblumen Mal gucken, was hier los ist Oh, nice Äh, ist da Angeblich Äh, ist da Er ist langsam Ähm, Zersprengpfeil Präzisionspfeil Äh, ist da Äh, Zenex Ich bin der Macht der Taub, ey. Herrgott, nochmal. Der ist nett, der Bogen, aber haut mich noch nicht um, ey. Der andere finde ich irgendwie ein bisschen besser noch. Okay, warte mal. Wir werden das mal ändern. Rollenbogen hatten wir eben. Machtbogen. Schleuder, Stolperfalle, Jägerbogen. Speer haben wir sowieso. Einen Rassler. Nehmen wir mal den. Metallblume, Modell 1. Unbekannte Macher hat Spuren von Saatkeimung, angemettetes Kotfragment entdeckt. Funktion wahr, aus dem Geist, einer einzigen langen Rebe, erwachen 100 Anfänge. Funktion wahr, okay. Set. Na gut. Dann werden wir weiter. Wir haben das Quest. Da wären noch mehr Zeugs gewesen. Da oben ist auch noch mehr. Ach du Scheiße. Kacke. Ah, irgendwelche Sammeldinger. Ne, will ich nicht. Komm, da will ich in die verbotene Zone. Ohne. Na komm. Dann mal laufen. Sorry, wenn ich nur viel mitnehme, aber ich brauche das Lagerfeuer. Wo? Da. Ich brauche das Zeug. Den verspeichern. Das brauche ich später noch. Mhm. Mhm. Ich brauche das Zeug. 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 Ich brauche das Zeug.